Oh, jetzt ist es mal langsam gut hier! Oh, Mensch! Feuer-Drohne raus! Ey, das ist... Echt nicht wahr, was hier gerade passiert. Echt nicht wahr, ey, das. So, als nächstes ist das Ding jetzt sofort weg. So, Feuer-Drohne hat nämlich jetzt Ziele gefunden. Viel Spaß damit, Junge! Überall brennt es jetzt gleich auf deren Schiff. Ich werde ganz schön zugesä... ...samt hier. Hoffentlich... Oh, Mann, was gerade eingefallen ist. Äh, hoffentlich, äh... Oh, nein, jetzt werde ich mir gehackt. Ah, das Ding ist aber egal, wenn es mich hackt. Sofort wieder raus da. Ihr müsst euch heilen. Ja, der erste Kampf. Und der war richtig schlecht. Ich meine, der war nicht schlecht-schlecht. Aber der war halt doch, wo man sagen kann... Mhh... Ich kann nichts kaufen damit, ne? Munsters. So, als allererstes, bevor ich irgendwie ein Blödsinn mache, alle tun sich erstmal hier heilen lassen, überall. Alle mal kurz heilen lassen. Wenn es eine gute Sache ist, wir haben es, also, wir haben es, wenn es hingekriegt, wenn nicht alle völlig fast tot sind. Also, unser Schiff hat aber schon ziemlich auf die Fresse gerade gekriegt, muss man sagen. So, hier sind alle fit. Gehen alle raus, du gehst nach hier und dann schicken wir uns das schneller wieder zurück. Sofern ich jetzt mir ein paar Typen noch nicht... Also, ey, 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 muss noch hier rüber. Ey, muss noch mal hier. Save. Okay, das war jetzt absolut suboptimal, muss ich feststellen gerade. Das war echt suboptimal. Sollte ich die EP-Sachen hier haben? Sollte ich vielleicht eine andere Drohne noch mit reinschmeißen? Na, wir haben nichts anderes. Ähm. Kann ich mir irgendwas reparieren lassen, schnell, irgendwo? Nein, und das Schiff, das Gegnerschiff fliegt auf unserer Basis zu. Wir können nichts anderes machen. Das ist jetzt doof. Jetzt kommen die wieder im Drohnen-Cubbles wieder auf mich zu. Wo ich jetzt schon zu viel kriegen könnte. Ihr geht sofort darüber und macht das Ding. Kürzer soll das unsichtbar machen, kann es ja nicht mehr. Wir müssen nur einmal den Raketen ausweichen. Aber unsere Raketen weichen wir eigentlich nicht am Anfang aus. Wir wollen eigentlich diesem Energy-Surge ausweichen. Also diesem Effekt, dass die tausend von Drohnen uns erschlagen. Und den wollen wir auch so lange haben wie möglich. Deswegen tun wir mal richtig das erhöhen hier. Oh nein, das habe ich ganz vergessen. Ah, das habe ich völlig vergessen. Ah, das war... Nicht so cool. Du schießt aufs Drohnen-System, damit du vielleicht durchkommst. Weil wir haben ja auch noch Leute hier an Bord, die uns auf den Sack hauen wollen. Habe ich ganz vergessen. So ein Drohnen-Teil ist schon mal weniger am Laufen gerade. So, läuft. Energy-Surge. Oh, du musst wohl raus. Unsichtbar machen. Da gehen beide gerade kurz raus. Alter, raus! Wir schießen nicht, wir schießen nicht, wir schießen nicht, wir schießen nicht. Bleiben so lange unsichtbar wie irgend Menschen möglich. Hier kommt es aber wieder zurück. Kämpft gegen diese blöde Drohne, die hier hinten drin steht. Während sich am Haufheilen sind. So, da, weil wir jetzt sichtbar sind. So, geht ihr jetzt schnell hier oben hin. Und wir machen eine ultimative Breitseite auf das Teil und hoffen, dass wir richtig viel kaputtgeschossen kriegen damit. So, ein paar von deren Drohnen funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist eine super Sache. Ihr beide versucht sofort, das Ding zu reparieren. Wir können es aber nicht unsichtbar machen. Aber es sind nur wenige Drohnen. Das könnte man sogar schaffen. Nee, das ist doch ein bisschen viel. Was da gerade ankam. Und du schießt bitte noch nicht. Du wartet, bis der Rest fertig ist. Der eine hier verreckt mir gleich. Das ist nicht cool. Du gehst nach da, du nach hier. Und du mit dem Burst Laser schießt voll wieder da drauf. Yes, wir haben ein paar Sachen kaputtgeschossen gekriegt. Oh, wait, was? Nein, 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 nein. Draußen, raus, raus, raus. Himmelswillen. Haben wir keine Zeit. Ah, wir haben vergessen, Sauerstoff anzumachen wieder. So, jetzt aber. Sind eigentlich meine Typen noch da drauf? Nein, die sind noch wieder hier. Gut, gut. Dann ist es auch egal, was die da drauf machen gerade. Ähm. Hm, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Wenn ich es nicht brauche, machen wir sofort Aufheilung. 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 Schnell. Kämpf gegen. Kämpf gegen. Kämpf gegen. Kämpf. Kämpf mit einem, weil du hast, Junge. Jo. Gut. Dem haben wir schon mal gezeigt, was der Hake war. Allerdings, das Schlimme kommt ja jetzt. Ich kann sie nicht mehr höher kaufen. Ich will was höher kaufen. Das hier. Falls ich irgendwie gehackt, oh, was Schlimmeres mit uns angestellt wird. So. Wichtig. Also erstes. Erstmal checken, was wir an Verluste fast gesagt haben. Also Schäden. Du reparierst. Du gehst zurück. Ist der Rest halbwegs fit? Jo. Die sehen alle relativ fit aus. Gut. Ruhig Blut. Ruhig Blut. So. Erstmal wieder alles wieder richtig einstellen. Teleporter wollen wir sofort wieder am Go haben. Das brauchen wir am Anfang noch nicht. Wir tun also den Teleporter lieber schneller wieder aufladen lassen. Das ist eine bessere Idee. Er will zurück sich ziehen. Wir fliegen ihn daher und hoffen, ihn direkt zu klacken. Ansonsten sind wir nämlich tot. Oh, ich habe das völlig vergessen. Oh, nein. Ah, das ist doof. Das ist doof. Also es ist nicht so doof, aber es ist doof im Sinne von. Ah, lass mich kurz überlegen. Der schießt mir in den schweren... Wir kommen da nicht durch. Das ist jetzt echt dumm. Wir warten, bis der ein Special kommt, glaube ich. Geh mal bitte hier raus. Also lass mir den Typen auch nicht killen hier eigentlich. Moment mal, hast du eigentlich mit zwei umgenommen? Nein. Ah, jetzt kommen Handy-Typen dafür aber reingelaufen. Das ist interessant. Jetzt kommen deren Raketen. Die muss ich jetzt einfach mal ertragen, glaube ich. Das ist nur ein Treffer, das geht noch. Der kriegt zu viel ab hier unten. Der geht mal lieber hier hoch und heilt sich. Kann sich nicht heilen, weil fehlt Saft. Machen wir lieber Saft sofort hier hin. Der haut uns leider das... Aber jetzt kommt das, was ich nämlich meine, weil es so schlimm ist. Alles hat eben gefeuert. So, das hat auch geklappt. So, und du kämpfst sofort gegen hier die Pansen hier unten nochmal. Ihr beide kämpft gegen die Pansen hier unten, bitte. Und du röperierst sofort das Teil, was hier schon... Oh nein, röperierst erst mal das Ding, was zum Unsichtbarer uns machen wird. Weil sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. Okay, und du schießt sofort auf den Schild. Yes! Was, ich kann jumpen? Nein, ich will jetzt nicht jumpen. Ich will Gott sagen, hä, jump? Ähm. Power Sorge ist an. Oh nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn der mich jetzt trifft, habe ich ein Problem. Au, au, au. Was? Oh, das geht nicht... Ah, das sind alle tot auf einem Schiff. Okay, das kämpft aber automatisch weiter. Da war doch was. Ähm. Jeder. Macht sofort. Die Feuerdrohne klar. Die Feuerdrohne muss klar werden. Die Feuerdrohne muss klar werden. Sofort die Feuerdrohne klar werden lassen. Ich potter jetzt niemanden rüber. Äh, du, Laser, schießt auf. Das Ding was übernehmen lässt. Ah, komm, noch ein bisschen. Mach keinen Scheiß. Au, au, jetzt ist es trotzdem gut auf one. Schieß, 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 schießt. Ja. Ja. Es hat echt lange gebraucht. Für die, die die letzten x Versuche mitbekommen haben, wie ich versucht mit dem Rock habe, was zu schaffen. Also die Fehlversuchungen sozusagen. Können endlich sagen, Junge, endlich hat er es hingekriegt. Endlich hat er einfach nur Knarren auf sein Schiff getackert. Und den entgegen der einfach nur einen Haufen geknallt. Mein lieber Scholli. Und das Witzigste ist, ich bin sogar super schnell gewesen. Wenn ich jetzt mal gucke, wie lange ich schon gespielt habe, bin ich relativ fix unterwegs gewesen. Wow. Wow. Wow und wow. Ich bin auch relativ müde. Weil es auch relativ spät ist, wo ich das hier aufnehme. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. FDL, oder? Tja. Was soll ich noch viel dazu sagen? Ich lasse das Intro jetzt noch ein bisschen laufen. Weil, beim Ernst, ich habe da jetzt Wochen gebraucht, bis ich es nochmal sehe. Ich meine, ich habe eben gerade hier vorher nochmal kurz gespielt. In der Form von kurz. Ich habe es quasi geschafft, ein einziges Mal durchspielen. Alle Erfolge von dem Lanius-Kreuzer sozusagen hinzukriegen. Habe ich natürlich nicht aufgenommen. Ich bin ja bescheuert. Aber so interessant war es eh nicht. Weil ich habe ja ziemlich viel Blödsinn gemacht. Weil man muss halt Ressourcen am Anfang sammeln, sammeln, sammeln. Und was war das andere gewesen? Man durfte halt nicht mit viel Sauerstoff am Ende ankommen. Es waren also nur die zwei Lanius immer, immer an Bord. Sonst niemand. Und dann sozusagen habe ich die Türen aufgerissen sofort. Und sonst? Das war ein anderer Erfolg noch gewesen. Ach ja, man müsste... Genau, da hat man halt wenig Sauerstoff halt in das achte Ding halt ankommt da. Also, ne? Sauerstoff. Wenig Sauerstoff haben. Ähm... 600 Scrap-Metal. Und jetzt bin ich gerade aber neugierig, weil der letzte Erfolg gewesen ist, wenn ich das noch geholt hatte eben. Aber es war auch sehr unspektakulär und hat relativ lange gedauert. Also ich meine, es war halt ziemlich rumgegimpelt, weil ich hatte auch keine geschadeten Waffen auf dem Schiff. Nur so Wattebäuchen, die ich nach Gegnern geschmissen habe. Und das ging immer so ganz langsames und ewig langsames Runterzergen. Und das ging immer so ganz langsamer.